herzlich willkommen zu einer weiteren skin gameplay folge bei uns auf dem kanal sofort und gleich knochenschale endlich ist knochenschale auch mal hier in einem gameplay zu sehen ich bin mal gespannt und jetzt lassen wir das ding einfach mal laufen so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollte an die news gerne im item shop den kreterkont sofort und gleich tv darauf annehmen drücken und eine unterstützung kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video so ok und da ist knochenschale so sieht das im gameplay aus kriegt auch scheinbar die weg da auch flecken auf jeden fall ist er schon mal mit einem schott weg gewesen alle sofort und nicht wir waren ja überlegen weil charlie war teilweise echt sehr schwer ein headshot zu treffen aber hier sieht man ja den den schädel also davon ausgegangen dass das hier deutlich besser funktionieren würde wenn ich den so sehe der sieht schon echt cool aus also meistens sieht man diese knochenseite aus der distanz auch gut weg gehittet worden also jetzt bin ich echt ein klein wenig skeptisch ja man muss immer bedenken also ich meine auch wenn epic games sagt dass die unterschiedlichen skins keine vorteile sind gegenüber anderen spielen bringen das sehe ich ein bisschen anders also wir hatten schon skins gehabt die man leichter treffen kann schwerer treffen die besser gesehen werden schlechter gesehen werden aber das hier auf jeden fall ist das teil ziemlich cool und tatsächlich man sieht fast die meiste zeit die knochenseite ja heute habt ihr noch mal die möglichkeit knochenschale ist ja noch heute im shop habt ihr noch mal die möglichkeit den knochenschale zu holen falls euch gefallen sollte falls euch gefallen sollte dann ist das knochenschein auch schon wieder weg So, wir haben gleich mehrere Kills in Folge jetzt gemacht. Der Haze mit Hörnern, mit dem Hörner-Style, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite-Skin-Gameplays mit mir, die werden gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.